Herzlich Willkommen euren Freunde zurück zu Animal Crossing New Horizons. Heute geht es auf große Bewohnerjagd und ich hoffe wir haben Glück. Ich habe gar nicht mehr so ganz im Kopf, wen ich haben wollte, aber ich denke wenn ich das sehe, dann weiß ich es auf jeden Fall, dass ich den da nicht will. Nen Hahn, aber nen Hahn wäre auch cool, aber der sieht nicht so cool aus. Ich bräuchte auch eigentlich mal wieder ein paar Golderze, deswegen müssen wir leider, leider hier ein paar Steine kloppen. Ich habe 24 Mindtickets, ich hoffe, warte mal, muss ich Steine kloppen? Ich muss die glaube ich nur mit der Schaufel kloppen, oder? Weiß ich schon gar nicht mehr. Die nehme ich mal lieber weg. So, wir testen mal hier. Vielleicht haben wir direkt Glück. Okay, da haben wir kein Glück. Schade. Schade, schade, Schokolade. So, ich gebe mir mal die Meilen hier. Sehr schön. Aber für ein Steine extra jetzt einen Sprungstab rausholen. Ne, da bin ich glaube ich der Falsche. So, du könntest nur im Weg sein. Ja, dann machen wir da ein Loch. Ach ne, ist das blöd hier. Okay, Unkraut, dich muss ich leider mitnehmen. Leider, leider, so leid es mir tut. Ey, ich habe außerdem Fragen rausgesucht, weil ich glaube, das könnte hier schon eine Stunde dauern. Dann haben wir auch mal wieder einen längeren Part als sonst immer nur die paar Minuten. Ja, ist hinten noch eins. Da. Wir haben auch nochmal Schrott, danke. Danke, Spiel dafür. Ich brauche Gold. Gold. Komm, gib mir Gold. Und zwar, die erste Frage wäre, hast du Narben? Falls ja, wie sind sie entstanden? Also, ich habe eine Narbe, also eine kleine Narbe am, äh, am Knie, linkes Knie. Am rechten Knie habe ich tatsächlich keine. Also, ich sehe, ich sehe jetzt gerade keine. Ähm, ja. Boah, wie die entstanden ist. Ja, als Kind ist man halt oft auf die Knie gefallen, glaube ich. Und anders könnte ich es mir momentan nicht erklären. Ja, das war auch oft offen. Ja, ja. Hat schon seine Berechtigung. Oh Gott, ich habe Handball gespielt und da bin ich schon mal das ein oder andere mal runtergeplumpst. Auf dem Boden. Denn, ich muss auch gestehen, ich bin ein kleiner Tollpatsch, wirklich. Ich glaube, ich bin tatsächlich ein Tollpatsch. Ähm, ich lege mich fast in jeder Sportunterrichtsstunde hin. Irgendwie, irgendwie schaffe ich das. Ist nicht schlimm, aber mir geht es auch gut eigentlich. Wirklich, mir geht es gut. Nur manchmal denke ich mir so, oh Mann, wieso habe ich mich da jetzt hingelegt? Das ist doch dumm. Wieso, wieso habe ich mich hingelegt? Die Frage stelle ich mir echt oft im Leben. Alter, wir haben hier kein Glück mit Dings. Mit Dingsis. So, eins essen wir noch. Essen. Du, 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 du. Ist ein Rezept? Ne, ne? Ich meine nicht. Ich meine nicht. Doch, doch, da ist es. Da ist eins. Na, was bekommen wir, das Schönes? Ein Kosmenkron. Oh, die haben wir noch nicht, Leute. Zeig mal her, die Krone. Ach so, so eine Blumen. Okay. Blumenkrone, wow. Die ist ja cool. Äh, habe ich gegessen? Ja, habe ich. So, Schaufel, komm, Gold. Gib mir Gold. Schade. Okay. Dann verschwinden wir hier. So, hi. Erste Insel war schon mal ein Fail. Gehen wir zurück? Danke. Ja. Ja, ja. Sonst habe ich keinen, äh, Narben tatsächlich. Kannst du tanzen? Ich würde sagen, nein. Aber ich übe es ab und zu mal. Ich versuche, jede Woche das einmal zu machen. Meistens vergesse ich es einfach aus Dummheit. Aber ich übe tatsächlich. So ein bisschen. So ein bisschen übe ich tatsächlich, ja. Zeigst du offen deine Gefühle? Ich würde sagen, ja. Offen, warte, offen. Ne, eigentlich, ah, schwer zu sagen. Also, Tränen kommen sofort. Also, bei, also jetzt in dem Alter. Früher kamen nicht so oft die Tränen. Aber momentan irgendwie heule ich fast bei jedem Film. Ich weiß nicht, wieso. Mein Körper sagt einfach, oh, ist traurig. Ich muss jetzt anfangen zu tränen. Ähm, ja, das passiert dann. Leider. Weiß nicht, ist das leider? Eigentlich finde ich es in Ordnung. Dann weiß ich zumindest, welcher Film ich mitgenommen habe und sowas. So wie Hexow Ridge. Das war echt... Oh, hallo, Leute, Foyce. Hallo, Foyce. Na, wie geht's dir? Den hatten wir ja schon mal auf meiner Insel. Aber, ne, ne, zweite Chance bekommt der Junge nicht. Der wollte abhauen, dann soll er auch hier bleiben. Das ist meine Meinung. Ja. Ähm, ja, sonst, wütend bin ich eigentlich, also, ne, die Gefühle zeige ich gar nicht. Ich ignoriere dann einfach das. Ich bin zwar dann innerlich wütend auf jemanden, aber nicht, äh, körperlich? Äußerlich, äußerlich. Äußerlich bin ich nicht wütend. Auch nicht sauer oder sowas. Och, ne, ich hab ja gegessen. Oh, das hab ich verget... Oh, ne, hier muss man hoch. Ne, danke. Ich hab jetzt keine Lust, meine Schaufel hier, äh, meinen Leiter immer auszupacken. Okay. Wir machen jetzt erstmal alles kaputte hier. Oh, sorry. Die Insel hab ich komplett verkackt. Komplett. So, weg hier. Schüss, Laufhoes, Laufhoes, whatever. Whatever, whatever. Oh, morgen kommt Blutziffer, Leute. Auf Amazon Prime. Ähm, ich freu mich schon. Ich freu mich schon total. Wirklich. Oh, bist du kitzelig? Ich würd sagen, ich bin gar nicht kitzelig. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, aber ich glaube... Ich hab früher immer... Äh... Ich hab früher immer kitzelig. Ich kann's nicht sagen. Unter dem Kind hab ich's nie verstanden. Oh, sorry. Ich hab auf meinen Arzt gehauen. Ähm, nee, also irgendwie... Früher, also als Leute mich immer versucht haben zu kitzeln, unter dem Kind hab ich das nie verstanden. Also am Hals. Keine Ahnung. Fand ich irgendwie immer angenehm, tatsächlich. Und was auch? Füße tatsächlich auch nicht. Obwohl doch, 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 wenn man ne Feder nutzt. Aber nicht mit Händen. Mit Händen bin ich dann nicht kitzelig. Nur mit ner Feder. So, auf geht's. Äh, hast du früher an den Weihnachtsmann beziehungsweise an den Osterasen geglaubt? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, ich kann mich dran erinnern, dass ich mit 6 Jahren auf jeden Fall schon wusste, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Ob ich's davor schon wusste, das weiß ich nicht. Aber ich hab, glaube ich, nie einen Aufstand darüber gemacht. Ich war immer so, ähm, da waren wir bei meinem Onkel und Familie zu Heiligabend. Und der hat dann immer die Tür dazu gemacht, ja? Und ich hab dann zu meiner Mutter gesagt, Mama, äh, wieso macht der immer noch die Tür zu? Ich weiß so, dass das Christkind nicht gibt. Und dass er die Geschenke da hinlegt. Ja, das ist immer so. Das ist dann immer so bei uns damals gewesen. Schöner Wald ist das. Wenn ich das mal gerade so erwähnen darf. Die Insel ist, glaube ich, neu, oder? Also, ich hab die Insel noch nicht gesehen. Ist das da oben? Ne, ne, fährt. Ich erkenne es gerade nicht. Ja, ne, fährt. Ne, dich will ich nicht. Aber schöne Insel, wirklich. Ich glaub, die ist neu. Die hab ich echt noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Inseln es hier überhaupt gibt. Im Spiel. Oh, ups. Uppsala. Ropsala. Na, tut mir mal. Wurdest du schon einmal von einer Person besonders enttäuscht? Besonders enttäuscht. Ich glaub nicht. Oder? Ist halt immer schade, wenn Freundschaften irgendwie zerbrechen, ohne Grund. Aber sonst? Enttäuscht? Ne. Ich hab halt ne relativ gute Menschenkenntnis. Und ist man dann enttäuscht, wenn dann manche Leute nicht auf einen hören und dann genau das passiert, was ich eben profizeit hab? Weiß nicht. Weiß nicht, ob das Enttäuschung ist, dass ich dann enttäuscht bin. Ich glaub nicht. Ich denk mir so, ja, guck, du lernst aus deinen Fehlern. Super. Äh, du, du. Was würdest du bevorzugen? Einen Urlaub am Strand oder einen Urlaub in den Bergen? Ich glaube dann tatsächlich Strand. Ich meine, ich liebe Wandern. Ich hab, bin schon so lange nicht mehr gewandert. Ich will auf jeden Fall mal wieder wandern gehen. Ähm. Aber Strand, da ist halt Entspannung. Und da kann ich schwimmen. Und schwimmen ist über alles, Leute. Schwimmen ist echt bei mir über alles. So. Mein Ticket eben hier schnell, ja. Nutzen. So. Nächste Insel. Noch haben wir kein Gold, Leute. Noch haben wir kein Gold. Hast du einen Spitzname? Ja, Moe. M-O-E. Moe. Moe. Whatever. Ähm. Was sag ich eigentlich in letzter Zeit? Whatever. Das muss ich mir mal wieder abgewöhnen. Ähm. Mori auch. Ja. Hast du Phobien? Ja, auf jeden Fall. Spinnen. Schlangen und sowas geht alles. Aber Spinnen? Boah. Hilfe, Hilfe. Obwohl mittlerweile, ich trau mich schon mehr zu, ja. Ich trau mich schon mehr zu. Ja. Bugs an. Hast du dich schon einmal ehrenamtlich arrangiert? Ja, habe ich tatsächlich. Äh, ich habe ehrenamtlich, ähm, kleine Kinder trainiert. Im Handball. Und, also ich war der Co-Trainer, also der zweite Trainer. So gesehen. Oh. Die Schaufel ist weg. Und ich merke gerade, ich muss auf Toilette. Ich muss auf Toilette. Äh. Das machen wir aber noch eben. Die Insel machen wir noch schnell. Äh, dann gehe ich ganz, ganz schnell auf für kleine Jungels. Äh, dann... Oh, Goldherz. Super. Äh, dann war ich noch, ähm, in der Arbeiterwohlgemeinschaft. Äh, habe da mit den Senioren gespielt. Ist das erneamtlich am Alten? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und in einem Bürgerzentrum. Oh, ich habe eine Bastelanleitung bekommen. Warte, was? Hier. Erstmal wieder hochscrollen. Und meine Hand schläft ein, Leute, Leute. Dü, 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 dü. Oh. Ich habe die Faro-Maske. Cool. Das ist cool. Oh, die will ich mir auf jeden Fall mal aufziehen. Die will ich mir aufziehen. Ähm. Sonst glaube ich aber nicht. Sind denn Praktika-Zähne? Zu dann auf jeden Fall sehr viele. Aber ich glaube, das zählt nicht dazu. Das ist ja schon eine Pflicht fast. Okay, da haben wir nichts. Wer ist denn das da überhaupt? Oh, das ist eine süße Katze, oder? Dreh dich mal um, Katze. Komm. Putt, putt, putt. Oh, sie sieht schon wieder cool aus, ne? Aber wir haben Kabuki eigentlich. Ah, du siehst cool aus. Wirklich. Ah. Ah. Die sieht cool aus, Leute. Das ist eine Vampir-Katze, oder so. Ah, ich habe keinen Stab mit. Ah, Leute, Leute. Okay, okay. Okay, okay. Erdballquart, ja, wir fliegen zurück. Tut mir leid, Katze mit Vampir. Tut mir echt leid, wirklich. Oh, ich muss auf die Toilette, Leute. Also, ich gebe nur eben das mein Ticket aus, dann bin ich mal ganz, ganz kurz weg. Oh. Dann kann er nämlich hier schon mal fliegen. Ich möchte fliegen. Mein Ticket. Ja, auf geht's, bitte. Super. Muss ich nochmal A drücken? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, 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 mach mal hierhin, bitte. Danke. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ich glaube er nicht also ich finde es echt schade dass das deutschland nicht so hat wie amerika was ist dein lieblings pokémon die beeldra zurzeit und suikun oder suikun ihr könnt euch die aussuchen die gefallen mir sehr gut den haben wir hier was bist du denn sein hund du bist ein eine kuh habe keine ahnung mir fällt gerade das tier nicht ein tut mir leid tut mir leid stehst du gerne im mittelpunkt der aufmerksamkeit ich meine ein bisschen aufmerksamkeit ist jetzt auch nicht so schlimm aber ich glaube er nicht also ich stehe zumindest keine ich finde es auch ganz ganz schlimmen leute einfach mitten in einem satt sprechen deswegen warte ich immer bis sie dann ausgesprochen haben und manchmal kommt dann die beschwerde wieso sagst du nichts ja außer bei freunden da rede ich die ganze zeit fast naja so ist das leben leute fährst du lieber auto oder bevorzugst du die öffentlichen verkehrsmittel tut mir leid leute da muss ich ehrlich sein ich hasse bus fahren deswegen fahr ich lieber auto es tut mir leid vor dem sommer ich weiß nur nach der schule ja der ganze bus war brechen voll ne und dann im sommer ja bei 30 grad im bus ja das war horror und ich will mir das eigentlich nicht mehr antun ich möchte es mir nicht antun das war glaube ich das einzige manko während abi aber dann hatte ich zum glück irgendwann auto dann wusste ich das nur noch im notfall wenn ich mal wenn mein auto in der reparatur war mein gott das war ein kack aber zug fahren zu kann tue ich tatsächlich gerne ich mag zug fahren ich möchte ja auch mal gern so eine zugreise machen aber diese schweine teuer leute ist mir echt zu teuer kannst du etwas nicht dass man normalerweise können sollte ich kann nicht pfeifen und ich kann nicht dieses schnipsen ich kann das nicht ich kann das dann mit meinem mund facken aber ich kann nicht schnipsen oder pfeifen ich weiß nicht muss man das können ich habe es noch nie doch im musikunterricht hätte ich es glaube ich mal gebraucht da meinte er da kommt und jetzt schnipst ihr alle und ich so okay ich mache es mit dem mund okay danke und lieblings essen das weiß glaube ich eh jeder pommes mit schnitzel oder schnitzel und pommes ist mir egal hauptsache mumienhund auch heute hole ich dich kleiner heute hole ich dich ich hoffe ich kann außen herum gehen wiktor ich komme ich hole dich heute ich hole dich heute hi oh schön dich zu treffen ich bin wiktor ich besuche heute diese insel du bist moritz von nimmerland wie cool nette insel hier was ich weiß es kann beginnen ravao oh du kommst mit hier gibt es so viel natur wo man auch hinschaut natur hier könnte ich für immer bleiben schon toll wenn ich auf einer insel wohnen könnte ravao komm doch zu uns hoch du sagst du kommst von nimmerland ist es da so wie hier da will ich hin wenn deine insel so cool ist wie du da muss ich dahin moritz ich warte da auf dich und wie stelle ich das mit dem umzug nach nimmerland an ah ich melde mich also bei turnlock okay okay danke ja cool leute wir haben viktor viktor ist mega cool äh der wollte damals dass ähm edde aussieht und ne das konnte ich leider nicht zustimmen aber er ist echt cool er ist echt cool leute so wir machen noch eben hier wir gucken noch mal eben die felsen hier an weil er scheint hier wohl eine glücksinsel zu sein dass wir viktor bekommen haben und dann basteln wir gleich noch eben den pharaon diese pharaon maske und ich bin gespannt ob ich langsamer bin oder sogar schneller schneller glaube ich nicht eher langsamer weil es ist alles aus gold es ist nicht alles gold was glänzt leute ja so komm ein gold erz ein gold erz wäre doch cool nein okay okay ist kein problem steinchen ich komme irgendwann wieder wenn der nächste aussieht so tschüss super leute wir fliegen zurück ja los geht's kleiner ich hoffe dass im september irgendein update kommt weil ich muss sagen ich langweilige mich zwischendurch deswegen kommt animal crossing jetzt vielleicht erst mal nur noch jeden dritten tag circa mal schauen mal schauen weil irgendwie keine ahnung ne solange kein neues update kommt ist die luft bisschen raus und ja ich fände halt so ein floh mal cool wie ein new leaf das fand ich cool dass man ab von den bewohnern die sachen kaufen konnte oder du den bewohnern sachen kaufen könntest aber wir haben noch 17 okay dann gehen wir mal kurz gucken wie viele gold erz wir überhaupt haben ob wir die masken überhaupt kraften können die maske können wir noch nicht kraften dafür brauchen wir wohl noch eins naja leute ich würde dann sagen das war's mit diesen part obwohl wir können eben kurz bei nuki gucken ob der mal wieder was cooles hat ich glaube ja nicht ich weiter auch noch auf eine laden äh vergrößerung also mindestens eine stufe gibt es glaube ich noch weil hier sieht man ja diesen äußeren bereich und der wird dann bald so ausgefüllt werden wie beim museum also hier hier das ist nämlich komplett ausgefüllt die ganzen alle häuser sind fast ausgefüllt das hier ich weiß nicht ob das die schneiderei irgendwann noch ein update bekommt ich würde es mir wünschen grazia zum beispiel oder minna zieht da mit ein oder hier der schubart und hier könnte halt locker gert einziehen das finde ich ganz cool weil ich meine hier ist ja auch schon eine kasse da könnte gert eigentlich auch schon hin äh ja ne ich hoffe ich hoffe einfach dass jetzt mal langsam wieder was kommen wird weiß nicht wann das letzte update war ich glaube im juli ne im juli oder august war es echt august das ist echt erst jetzt im august das update die luft ist schon lange raus ich weiß nicht mehr was es da für das update gab weiß ich grad echt nicht tauchen konnte man schon im juli ach dieses feuerwerk update ach ja stimmt ja ja das ist vielleicht an einem tag mal lustig aber danach finde ich schon wieder langweilig das ist halt ein kleines update ne deswegen hoffe ich einfach dass vielleicht im september mal wieder was noch kommt im oktober dann auf jeden fall das halloween update aber vielleicht kommt ja auch schon irgendwas im september naja leute das war es mit anime crossing von heute ich habe außerdem gestern gillewa gerettet der hat mir diesen pizza turm geschenkt der ist irgendwie nicht schief aber ist nicht schlimm naja oder ne ich weiß nicht nicht so wirklich aber gut 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 ich suche jetzt hier noch schnell das Rezept am land komm machen wir noch eben vielleicht haben wir Glück wenn nicht haben wir Pech leute dann haben wir Pech ah ja ich habe das ja alles weg gemacht habe tatsächlich ein bisschen daran gearbeitet nicht viel aber ein bisschen wenn man jeden tag ein bisschen macht dann kommt man auch schon gut voran auch wenn ich momentan irgendwie meine lust wieder verloren habe hier meine insel hier zu designen weiß ich nicht da gibt es momentan einfach äh anderes zeug was ich gerne machen würde so komm 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 wo ist denn jetzt hier oder hatte ich das schon gesammelt wenn ja dann tut es mir leid ich hätte es umsonst hier rum gelaufen aber ich meine ich hätte es nicht gesammelt da ist es da ist es ja so hat es sich gelohnt ich glaube nicht bambus wandschirm oh hat sich gelohnt Leute hat sich gelohnt ich fass es nicht ich fass es nicht zeig mal her du 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 ah sowas okay ich dachte das wäre ein schöner Schirm na gut Leute das war es mit Anime Crossing für heute wir sehen uns dann morgen wieder bei Lego Harry Potter bis dann euer Kamil Tor und ciao tschau 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 tschau